Eine ganz besondere Szene, nämlich die Szene, als Jürgen Klopp bei der Ankunft im Stadion aus dem Bus aussteigt. In seinem Kopf stand es wohl noch 2 zu 0 für Bremen, dann hat er die Busfahrt lang was anderes gemacht und beim Aussteigen ging es auch so. Auf der Champions League.